Er steckt ihn durch, und bitte, schießt ihn aufs Tor. Die Situation ist bereinigt. Der Ball kommt in die Mitte. Da war zu viel Kraft in diesem Ball. Gut gemacht, Kuh verteidigt. Toni Kroos. Und jetzt Schweinsteiger. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Schön oben drüber. Er wird hier hervorragend beliebt. Ich bin�degend. Das ist ein guter Weg. Ich bin noch los. Ich bin noch los. Ich bin noch los. Und jetzt kann es dem Schaden. Ich bin noch los. Ich bin noch los. Ich bin noch los. Und jetzt sind die Säte. Applaus Applaus